Wer eine Fußbodenheizung hat, muss auf die Vorteile eines Smart Homes nicht verzichten. Denn mit HOMATIC IP lässt sich jede Fußbodenheizung ganz einfach in ein Smart Home System integrieren und intelligent steuern. Und mit intelligent meinen wir, wenn man zu Hause nie wieder kalte Füße bekommt. Wenn die Temperatur in allen Räumen individuell geregelt werden kann. Und wenn durch vorausschauendes Heizen dauerhaft Energie gespart wird. Das ist intelligent. Das ist HOMATIC IP, die neue Smart Home Generation. Der Aktor lässt sich mit der vorhandenen Fußbodenheizung kombinieren und über ein HOMATIC IP Access Point ganz einfach in ein bestehendes Smart Home System integrieren. Einfach mit der kostenlosen App einscannen und individuelle Heizprofile erstellen. Fertig. Alle Einstellungen erfolgen über die App. Oder aber man regelt die Temperatur manuell über ein Wandthermostat. Wer möchte, kann die Wandthermostate auch ohne Smart Home System direkt per Funk mit einem Fußbodenheizungsaktor verknüpfen. Ohne Internetverbindung und ohne ein einziges Kabel zu verlegen. Übrigens, mit HOMATIC IP kann man auch kühlen und über eine Wärmepumpe kaltes Wasser in den Fußboden pumpen, um an heißen Tagen die Räume auf eine angenehme Temperatur zu senken. Eine intelligente Fußbodenheizung ist, wenn alles ganz einfach ist. Einfach installiert, einfach erweitert, einfach komfortabel. HOMATIC IP